Aus. Jetzt kann ich zwar hier nach oben, aber ich möchte an denen noch vorbei. Denn vielleicht ist da hinten noch eine weitere Tür. Wo ich nach oben kann, lass mich raten. Ja, wo ich nach oben kann. Toll. Ne, mach ich nicht noch einmal. Ich nehm jetzt das hier. Ich muss aber an denen kurz vorbei. Das schaffe ich doch. Hä, war das? Ah, das fliegende Dinger. Spermien sind nämlich hier wieder unterwegs. So, ist hier hinten was? Ja. Eine kleine Stelle zum Buddeln. So, ich möchte mich ganz kurz noch nebenbei zwischendurch... Äh, nebenbei zwischendurch, ja. ...entschuldigen bei euch. Falls jetzt diese Numorminen... ...drei... ...zwei, drei Parts in... Oh mein Gott! Äh... ...Zeit beanspruchen. Äh, es war nicht geplant. Ich hab wirklich nicht gedacht, dass es so lang dauert. Und jetzt seht mal, wie viel Parts noch gekommen wären, wenn ich jetzt das ganze Offscreen-Leveling gemacht hätte. Da wären... Fuuuuhh, wären da gekommen, Parts. Und das wollte ich euch... Oh Gott! Ein Dampfroller. Und ich... ...tue erstmal... ...scheiße. Oh, ein seltenes Monster. Das wird ne schöne Scheiße. Kraft angeboten. Oh mein Gott. Außenmanöver. Außenmanöver. Zack, zack. Uuuuuhh. Und weg mit dir. Und fang mal weg. Lass mich warm. Fang du, Henley, an zu... ...zu blinken. Blöder Sack. Ähm, die können sich selber... ...retten. Gebt alles, was ihr habt. Und ihr... ...rettet euch. 2.5 ohne... ...schwanker, an zu blinken, du blödes Ding. ...und das geht. Wirst du den Teinten ansteigen? Zoro! Welche Klappen denn? Wo ist denn das? Wo ist das? Wir vergessen den Kopf anziehen. Immer noch nicht. Und da reicht nicht HP. Wir haben jetzt eine Chance. So, das Ganze mit Omnishnack beenden. Ähm, Angriff. Und so. Das war's eigentlich. Das musste der letzte... Ja, er blinkt. Omnishnack wird das Ganze beenden. Wenn nicht schon die anderen Token ihn fertig machen. Ja, Drachenramm. Und immer noch nicht. So, komm. Okay. Jetzt aber. Ja. Zum Omnishnack kam das noch gar nicht. Stattdessen sind die kleine Dampfrailer. Gefangene Dampfrailer. Äh, große Riesenkäferkralle. Brauch ich die? Äh, das ist ein super seltenes Monster. Der gibt mir super viel Geld wahrscheinlich. Hm. So, hier ist nix. Wo bin ich denn gekommen? Ne, dort muss ich. da kann ich putzen wir wollen dich fertig machen wollen wir ja blöde so ich gehe erstmal dorthin gut noch ein lauf 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 links vorbei da vorne ist eine tür die wird bewacht von hässlichen hässler und soll ich durch die tür soll ich durch die tür gehen ich gehe noch rechts dann gehe ich durch die türen schnell ausweichen weg mit dir die verfolgen die nehm ich aber jetzt weil er mich an anscheinend zum richtigen ort führt ich hoffe es zumindest auch mein nippel ist aber das nur nebenbei ich meinte mein nippel kann singen so immer nach hinten gucken ob ein versteckter schatz zu finden ist so da vorne noch kurz buddeln und dann fleißen ich habe echt keine lust auf den zu kämpfen gegen den zu kämpfen schnitt ich bin schnell vorbei oh hier kann ich auch einen kurzen stopp machen hoher ja ringrezept und money man get money j devo noch drei jetzt muss ich mir sie aber gut aufteilen Ach, der fliegt immer so beschützt, beschützt unten rum. Oh, jetzt hat er mich noch. Oh, ich muss was trinken. Ganz kurz, entschuldigt mich. So, jetzt gleich wieder. Oh, er wird bald. Ist euch mal aufgefallen, wie groß die Plattform plötzlich ist, wenn wir kämpfen? Das ist echt schlimm. Das ist wirklich schlimm. Oh Gott, da war der Meiner. Ähm, soll ich hier Stopp machen? Ähm, joa. Da führt's eh... oh Gott. Wieder ein Monster. Aber... Ich kämpfe gegen den... Alleine. Sprich. Nein! Nein, jetzt hab ich doch drei... oh no! Okay, Lord. Es ist wahrscheinlich... Ne, es sind ganz stinknormale Pieps-Monster. Okay, und ich hatte Angst. Ich dachte, das wäre wieder so ein... Super-Deluxe-Extra-Monster. Aber ne, so übernimmt den hier. Das hat sich doch... Ich bin jetzt noch ein Schuss. Ich bin jetzt noch ein Schuss. Aber das ist ein Schuss. Ich bin jetzt noch ein Schuss. Ich habe es selbst gemacht. Komm her! Komm her! So, jetzt noch weiter runter. Aufpassen, was... Er nicht ein... Nein! Mazi? Geh' los! Shit it in your pants! Bringt sich schnell um. Komm. Oh! Super schnell. Oh! Das war wirklich super schnell. Also, bin ich stolz auf meine Truppe. So. Und du bitte nicht. Du bitte nicht. Du bitte... Und jetzt. Und... Nein! Doch! Ja! Und jetzt weg! Hier hinten gucken. Hier ist... Da war ein Schatz. Da war ich aber schon. Also, hier war ich schon. Hallo, Monster. Oh, yeah! Oh, ich kann noch einmal buddeln. Und das hebe ich mir lieber auf. Okay. Oh! Da vorne muss ich... Da! Habt ihr das gesehen? Da ist was! 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 Los! Ja! Oh Gott! Da kann ich auch buddeln. Aber ich kann nicht. Ich... Oh mein fucking Gott! Speichern. Los, los, los. Was hat sie mir zu erzählen? Du bist hier! Wo soll ich so? Bist du bereit? So, dass ich die Tür öffnen werde? Nein, natürlich! Das ist es, was ich hören wollte. Ich mach alles fertig, was unsinnig für Hülle kommt. Du hast das Siegel zur Verdammnis durchbrochen. Und somit... Die Macht entfess... Zwischensequen... Nee, nicht die schon wieder. Ich hasse die beiden. Da sind die Wächter von Marschalten. Namul...